Ja, Moment. Vielleicht noch mal ganz kurz eine Ansage. Und zwar am 18. Oktober, das ist ein Samstag, da gibt es eine Mahnwachenversammlung für den Frieden in Bad Salzdetfurt. Das ist also die Mahnwache Bad Salzdetfurt, die das dort veranstaltet. Und da sind auch alle Braunschweiger hier herzlich zu eingeladen. Also am 18. Oktober, ab 14 Uhr. Und wir können da sogar einen kleinen Standplatz kriegen. Die haben das da wunderbar überdacht. Also die sind da im Kurpark, wo die auch ihre Mahnwachen machen. Also die haben einen kleinen Vorteil uns gegenüber. Aber wie gesagt, ihr seid da herzlich eingeladen. Und es wäre schön, da viele von euch dann auch dort zu sehen.